Ja, jedes Mal, wenn ich an Dix denke, denke ich an Nutella-Brötchen. An was? An Nutella? Warum? Weil, wenn ich bei dir zu Besuch bin, sonst nichts anderes ess. Das stimmt. Brötchen und Nutella. Besucht und grüßt den besten Moderator mit der schwärzten Seele. Ja. Moment. Ich hab auch nur Nutella, wenn du da bist. Ja, aber auch, wenn ich wieder weg bin, nicht mehr. Stimmt, weil du den kompletten Nutella vor einem Jahr abgelaufen bist. Richtig. Nein, Satt hat das ganze Nutella dann aufgegessen. Nee, so viel ist er gar nicht. Aber ich glaube, dieses Jahr wird das auch nichts werden. Nee, dieses Jahr wird das nichts werden. Könnte eng werden. Vielleicht nächstes Jahr. So, was hat man denn Schönes? Richard Martinez. Ist das nicht der Nightcrawler? Ach nö, dirty wordpress. Waschbecken, Salz und geil und Fotos machen. Ach nö, langweilig. Okay. Also. Kann losgehen. Ich hab mein Zeug. Moment, ich muss noch Dinge tun. Satz gehirn hat 15 Grad, okay. Da weißt du mal, wie hart ich denke. Ja, geht schon hoch auf 17. Aber wir runter auf 15. Er ist wohl fertig mit dem. Ja. So. Ich musste gerade ganz wichtige Dinge tun. Da. Mein schöner Teppich. Jo. Nein, King. Nacht, Loray. Schlaf gut, Loray. Für dich hab ich jetzt gerade auch noch nichts. Nacht, Loray. Nacht, Loray. Wo war eigentlich, könnte ich? Tür auf. Er hat da seinen Kopfschmuck vergessen. Dati. Ja. Dati ist doch am Lesen. Ich bin doch komplett nackt. Uuuh. Uuh. Na wenigstens mittlerweile 22 Uhr. Jetzt kannst du nackt sein. Nacket time. Wup, wup. Nach Hause kommen, Hose ausziehen. Oder wie man im Homeoffice sagt, Frühstück. Genau. So. Jetzt ist... Jetzt aber. Jetzt ist jetzt. Uuh. Quasi jetzt. Wieso macht der Otter jetzt keinen... Ach, weil ich den... Naja, ist okay. Ist okay. Wir brauchen wahnsinnige Geschwindigkeit. Nein, lächerliche... Erstmal lächerliche Geschwindigkeit. Wir brauchen wahnsinnige... Gut. So war's. Das triebste bei ein Jahr... Äh... Über sie... Ja nicht. Und schon vergisst... Äh, vergisst dir wie alles. Niemand wagt es mich mit Marmelade zu beschießen. Genau. So war's. Salz, Wasser, Waschbecken und... Äh... Geist. Wie... Wie war das nochmal? Äh... Ich bin ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Und mein bester Freund. Hm. Da muss ja freundlich sein. So. Wasser. Wasser. Öl. Öl. Zimmerservice. Zimmerservice. Durchkämpft die Wüste. Ja, genau. Bestes Szene ever. Hier ist nicht mal scheiße, Sir. Und jetzt geht mal rein in das Haus und durchkämpft das Haus. Ich beobachte euch von hier draußen. Bin ich ja nur von Arschlöchern umgeben. Sir, jawohl. Und Sir. Keep firing, Assholes. Warum hat mir keiner gesagt, dass ich so einen fetten Arsch habe? Ja, genau. Schrotti hat mich gestern zweimal geblieben. Hier drin ist es verdammt warm. Für ein Geisthaus. Ja, vielleicht ist es... In der Garage. Flupp. Wupp. Na, ich ging keller. Es knirscht. Wann mach ich eigentlich überall das Licht an, wenn es eh nicht geht? Das frage ich mich auch. Macht Gewohnheit. Hoff. Und die Sicherung rausfliegt, wenn wir sie reinmachen? Versuch's. Die Sicherung ist in der Garage. Schön. Im Keller ist es wärmer als Rest vom Haus. Da brauchen wir schon mal nicht hin. Also hier, äh, oben ist, hab ich 10 Grad. Hier in dem Raum. Komm mal zurück. Oder? Da in der Toilette. Mhm. Das sind Gär, äh, Probleme, also, äh... Nee, das sind 12 Grad. Hier waren 10 Grad. Nee, hier sind 11. Also auf jeden Fall ist es hier oben. Ja, auf jeden Fall. Aber eher der Raum, glaube ich, als das Scheißhaus. Ja. Ja. Hier am Bett hab ich grad 9. So, dann... Dann schmeißen wir das Ding erst mal da vorne vor. Mhm. Wo seid ihr denn oben? Oben, was liegt ein Thermomix davor. Ach, da. Ich komme mit dem... Buch, Buch ist drin. Mit dem Mittel, um schüchterne Geister UV-freundlich zu machen. Kamera ist drin. Aktivität von zwei. Hat er einen Amp? Aber jetzt. Aber jetzt, sobald ich was nehme. Oh, draußen geht der Mond auf. Hört auf mit dem Schweinkram, so ineinander zusammen. Ah, wir haben eine Fingerprint hier draußen an der Scheibe. Die kann man draufgeschmissen. Ach komm, ich will diese blöde Ding, das mir besser drauf. Ähm, er wird uns eins. So. Ja, die Richtung. So, Fingerprint, wo? Da, die Scheibe da, 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 da leuchtet drauf. Uh, ein Vogel. Hast du einen Vogel? Äh, wie alt bist du? Wie alt bist du? Küche! Küche! Ich habe Pornos gelesen. Was liest du da? Gartens ins, irgendwas, Gartens ins Teil. Wo bist du? Wie alt bist du? Am wenigsten Porno. Ja. Bist du ein Porno durch? Wie alt bist du? Wo bist du? Rede mit mir, schreib in das Buch. Antwort, alter Knacker. Drei in das Buch, so meckan nie. Radieschen. Was? Er ist alt. Alt. Okay. Also, wir haben jetzt Fingerabdrücke und Box. Und die Box. Kinder, ich muss mich verlassen, bevor es so gruselig wird. Für wen wird es hier gruselig? Nacht Neon. Ja, aber schlaf gut. Nacht, Karni. Also, äh, Keisterbox. Spierbox, Spierbox oder Poltergeist. Und Fingerabdrücke. Was haben wir denn da? Das heißt, Ghostwriting, Freezing oder Orpse? MF ist raus? Ja. Na gut, dass ich das ausnahmsweise nicht mitgenommen habe. Ist ja drinnen. Für Freezing war es noch zu warm, aber das heißt ja nicht. Ich schaue später noch mal rein. Alles klar, dann schon mal einen werksamen Abend. Ich vergute mal, du darfst noch ein wenig manuskriptieren. Beziehungsweise schreiberieren. Das Manuskript ist glaube ich schon fertig. Ach, das ist ein Salzding, der hier oben geflogen ist. Auf jeden Fall, der Geist ist durch Salz gewandert, Ist ja gut. Das ist ja jetzt nicht so das Problem gewesen. Wir hatten ja sogar schon mal eine Zehneraktivität. Liegt hier oben oben wohl MF? Ach, braucht er ja nicht. MF ist raus. Bist du da drin? Nein, ich bin jetzt raus. Obse sind glaube ich, Obse sind auch raus, oder? Ne, Obse sind noch drin. Was ist das andere? Nicht Obse? Eigentlich ist noch alles drin aus dem MF. Dann nehme ich mal das Buch mit rein. Buch müsste drin sein. Buch ist eins drin. Ja, dann nehme ich noch eins mit rein. Wir kennen doch die Geister. Ich schreibe doch nicht in das Buch. In das andere schreibe ich viele eigentlich aber nur, wenn du es mir hinbringst und dann unter die Nase hältst, aber nicht das. Geht ja doch. Da liegt eins, da war der Geist. Zack. Küche! Radieschen! Da kann ich immer das auch funktionieren. Wie alt bist du, Radieschen? Adult. Hab ich verstanden. Ja. Schreib in das Buch. Auf Englisch. Write in the book. Schreib in das Buch. Cash. Was? Ich glaube, er ist ein älterer Herr. Oder? Ja, ich glaube, er hat gerade Cash gesagt. Er muss glaube ich noch das, was er ins Buch mal in sein Gedächtnis speichern. Schreib in das Buch. Vielleicht sagt er Exception. Malpoint Exception. Gerade irgendwas vibriert. Krass. Vier. Ich habe ein EMF von Vier. Ja, oder Jagd. Er jagd. Ich habe mich hinter der Gardine versteckt. Ich glaube, das war blöd. Ich bin runtergegangen und habe mich zwischen Klo und Badschrank versteckt. Ich bin ohne im Keller. Dex ist tot. Ich höre ihn trampeln. Das heißt, nächstes. Ja, ich höre ihn auch trampeln, aber halt, glaube ich, eine Etage gegenüber mir. Lebt ihr noch? Ja. Es ist auch vorbei. Gardine hilft also. So, was fehlte noch? Ich habe ein Bild von ihm gemacht, auf jeden Fall. Alles außer Empf. War da gerade ein Orb? Also, ich hatte gerade EMF Vier. Wir brauchen Fünfer. Naja, es ist egal, EMF ist raus. Ja, stimmt, das sowieso. Oh, und Dex, du bist sehr insane. Ein Orb. Siehst du da, ein Orb? Beim Badezimmer. Echt? Ja, da ist ein Geist. Ich habe den Geist noch nie auf dem Video gesehen. Ja, der jagt. King? King ist tot. Ich bin unten im Kiel unten drin. Ja, er ist gerade Richtung Treppe gegangen, also. Können wir die Tür zumachen? Ich komme auch nicht raus. King ist noch draußen, wir können noch nicht. Ich komme auch nicht aus dem Keller raus. Ich brauche Hilfe unten im Keller. Ich komme aus der Tür nicht raus. Ja, bleib drin, er jagt noch. Ja, im Moment können wir dir nicht helfen. Aber wir können schon mal vorsorglich Pillen nehmen. Scheiße, ich habe meine Pille weggeschmissen. Okay, Dex will keine Pillen, der geht rein. Ja, genau, ich, ich, oh scheiße, komm hier, Aktivitätshierkram. Jetzt bin ich tot. Ja, okay, hat er dich erwischt im Keller? Dann können wir fahren. nein, 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 ich muss noch eintragen. Was ist es denn? Geisterorb? Poltergeist ist er. Ja. Ja. Das Lustige ist, auf der Kamera hätte man ihn gerade mit Nahaufnahmen zuheben müssen. Ich habe ihn gerade gesehen. Er stand gerade hier im Badraum und hat gewartet. Er hat sich da also zurückresettet. Oh, er hat gerade Zeug durch die Gegend geschmissen. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Machen Sie ein Foto vom Geist. So, ich bin bei euch. Also, er ist schon wieder bei einer 10, nur so zu Info. Ja, ja, das ist, wir brauchen immer noch diese röde Geisterfoto und das Waschbeckenfoto. Ich habe doch ein Bild von dem gemacht, wieso zählt das nicht? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder bei einer 2. Ich habe nur noch ein Bild, das bringt nichts. Doch. Also, wie gesagt, ich bin bei euch. Ja, ich habe dir 5 hingelegt. Ja, wir könnten jetzt auch ohne dich fahren, theoretisch. Willst du jetzt nochmal da reingehen? Bist du irre? Ja. Ich bein, irgendjemand folgt mir, also, so irre kann ich nicht sein. Du bist schon wopfer, du bist ins falsche Raum gegangen. Also, wenn ihr mich suchen wollt, ich bin unten im Keller. Auf Profi gibt es nichts für deine Leiche. Okay. Ach nee, das ist die Box. Fünf. Zeige dich. Aktivität. Zeige dich. Zeig dich. Küche. Bei. Bad. Mach das Wasser dreckig. Null. Mach das Wasser an. Wasser. 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 Klares. Heises. Was hat er gesagt? Kaffee. Er sagte Attack. Hier habe ich es verstanden. Alter. This is the beginning. Progressive. Attack. Er steht auf Techno. Frag doch mal, ob er auf Techno steht. Stehst du auf Techno? Techno? Boots, Boots. Party? So. Magst du Blümchen? Die, wo du lässpielen fahrt. SOS. So ist es zwar. So ist es zwar kalt, aber keiner beschwert sich. 90er Jahre Mädchen Techno. Vielleicht mag er Maruscha. Na, mehr Maruscha? Mir fällt gerade kein Lied von dir ein. Oder mehr Members of Mayday. 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 Vielleicht mag er ja Dr. Motte und Westbam und sowas. Stay in the Memb. Vielleicht steht da hier so Holland Techno hier. Wie heißen sie? New Kids Turbo. Du, alles kennst. Ots, 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 ots. Äh, was? Hardcore. Hyper, Hyper. Was? Nee, Hyper, Hyper war ihm zu alt. Hat er gerade gesagt. Aber nur in Schleswig-Holfen. Genau. Oder mit dem ständigen... Man hat dem... Oh, shit. Zu albern. Dr. albern. Bad ist ja nicht mal ein Waschbecken. Ja, das ist das Problem. Mach mal ein Waschbecken an hier. Oder die Badewanne. Oder spür mal Klo, wa? Was ist das eigentlich für ein komisches Bad, was kein Waschbecken hat? Äh. Und eine Badewanne, aber kein Waschbecken. Du, wäsch dir halt die Finger in der Badewanne. Das ist ganz normal. Machst du das nett bei dir daheim? Darum ist das Bad auch so schmutzig. Badezimmer. Schmutzig. Was? Jetzt hör auf, mit dem Lied zu spielen und geh mal ins Waschbecken. Ich hatte eben schon Pillen. Hä? Ich hatte eben schon Pillen. Aber du bist auf 20. Dann hol dir halt... Geht einer mal hier in das Badezimmer. Ist das Wasser an? Nö. Kings Pillen. Genau, hol dir mal Kings Pillen. Das ist ein besonderer Pillen. Kings Pillen. Da King auf seine Pillen verzichtet? Ja. Unwissentlich. Es gibt kein Badezimmer. Stimmt. Das Badezimmer ist eine Lysion. Wir alle sind das Badezimmer. Äh, was? Also geil. Jetzt hab ich gleich auf den Fernseher an. Was guckst du dann? The Shining? Eine sehr schauzige Lysion. Oh ja. So, ist mein Versteckbadezimmer irgendwas passiert? Nope. Dein Versteckbadezimmer? Ja, ich hab mich da versteckt. Ich hab hier die Tür zugemacht und war da aufgemacht und dahinter war ich. Wie gesagt, ich kam unten aus diesem Keller nicht raus. Ich hab mich oben genau entgegen. Ja, dann hat er wahrscheinlich die Tür geblockiert. Wer weiß. Keine Ahnung. Kann er das? Nö. Ich hab keine Ahnung. Nee, das kann er eigentlich nicht. Hast du wieder gezogen, statt zu drücken? Drücken. Du musst drücken. Wollte Kani nicht gehen? Ja, wollte sie. Ja, sie wollte auch vielleicht später wiederkommen. Ich glaube, das heißt... Ja. Ja, sie ist wieder gekommen. Welche ist das später? Ja, es ist mittlerweile sehr viel später. So spät, dass Kini sogar gestorben ist. Sie hat den Rechner gewechselt. Der Mann kam heim. Okay, verstehe ich. Dann sag dem Mann schöne Grüße. Genau. Schöne Grüße. Ihr wart bis dahin am Fernseher. Der ist unten. Alles klar. Wir fahren quasi großes Entertainment. Der Aktivität ist ziemlich langweilig. Der Geist ist langweilig. Zeig dich. Zeig dich. Ich sag, du bist bei 0. 2. Oh, ist okay. Sag doch mal. 4. Ja, er hat das Radio angemacht. Das wird mir jetzt zu unheimlich. Nachdem du 0 gesagt hast. Ja, auf zu gähnen. Du bist bei 40. Geh da rein und mach ein Foto. Otter. Bin doch schon dabei. Der Otter ist bei 88. Der Otter ist rechts. Du bist bei 0. Aktivitätslevel. Ich bin zu alt für den Scheiß. Offensichtlich. Vor allem ist der Geist zu tot für den Scheiß. Und nachdem ich jetzt umziehe, exakt eine Woche vorher kommt mein neuer Rechner. Es lohnt sich gar nicht, die Kiste aufzubauen. Also er ist hier auf jeden Fall oben. Er bewegt sich hier oben. Das hab ich befürchtet. Weil der Sender ausschlägt. Ja, du als Geist könntest du theoretisch auch den Geist sehen. Achso, wenn er sich zeigt. Oh, wie läuft das packen? Ich bin jetzt schon bei 14 Kisten. Demnächst komme ich mal an die... Licht ist aus. Ich hätte mal kurz 2% sanity. Du hast nur noch 10 Tage. Ich weiß, das ist ja das Problem. Aber ich hab heute einen Haufen Papier gescannt, was ich nicht mit umziehen werde, sondern du als digitales PDF. Wer von euch ist im Haus, wenn einer im Haus ist? Ich. Der Otter. Der kleine dicke Doofen. Der einzige, der nicht so... Weil vorne im Raum ist nichts mehr. Der ist gerade alles ausgegangen. Das Licht ist aus, ja. Der komplette Strom ist weg. Ich mach nix. Bin ich satt, Dex. Kann auch ohne Strom. Aber wenn das wieder weg ist, dann ist... Den Otter, den braucht ihr nicht wahren. Richtig. Der Otter ist abgeblüht. Oder aufgeblüht genug. Je nachdem. Ja, im Klopapier, ich bin versorgt. Richtig. Fängt falsch rum. Ist bei ihm auf dem Kopf. Ah. Ja, aber irgendwo muss das solcher herkommen. Deswegen spielen wir jetzt Phasmophobia, damit er demnächst wieder genügend Klopapier für Among Us hat. Mhm. Und er rennt jetzt alleine durch die Gegend, damit... Dann sammelt er das Klopapier ein. Richtig. Und wir bemerken es nicht, dann hat er es später wieder. Ich mein, das ist weißes Gold. Geistig, 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 geistig. Du bist übrigens auf unter 50% gedroppt. Der Geist hat einen Aktivitätslevel von 2. Oh, jetzt ist er 3. Hm. Also da geht gerade echt der 1. Er ist wieder gerade durch die Lichtschranke gelaufen. Jetzt schon wieder? Bei ihm. Nein. Nee, das war es tatsächlich nicht. Da steppt der Bär. Oh ja. Der Geist hat 3 Haare auf der Brust, der ist ein Bär. Genau. Wie heißt der Geist eigentlich? Richard Martinez. Der kann tatsächlich noch 3 Haare auf der Brust haben. Jetzt hast du ihn ausgelöst. Der Otter ist bei unter 40. Oh. Der Geist ist an der Tür. Und? Oh, eine 10. Ja. Er war gerade hier. Dex, geh doch mal gleich rein und fotografier den Otter. Der Otter ist tot? Noch nicht. Nein. Noch versteckt er sich erfolgreich im Raum des Geistes. Ja, genau. Wenn ich damit durchkomme. Du bist tot, oder? Nein? Noch nicht. Das ist der Geisterraum. Ja. Ich stehe auch direkt daneben. Aber nein. Otter lebt noch. Aber ich sehe den Otter gar nicht. Wo versteckt er sich denn da? Moment. In dem Schrank. Er ist direkt hinter der Ein... In der Kamera. Genau. Also eigentlich ungefähr hier, wo die Kamera jetzt gerade ist. Ja. Oh, du hast es überlebt. Ja. Ja, das ist Glückwunsch. Lauf raus, du bist bei 25. Also wir brauchen noch das Foto vom Geist und vom Waschbecken. Das wird nix. Ich habe noch ein Bild. Hier ist noch eine Kamera mit vier Bildern. Nimm die. Ich habe noch drei Bilder. Ich habe noch ein Zähne. Der macht offensichtlich keinen Wasserschmutz. Der will uns lieber umbringen. Der will uns lieber umbringen, statt unsere Aufgabe zu... Unter 40? Ich hatte ihn auch nicht älter geschätzt. Nee, 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 nee. Der Knusspatter. Darum lebt er auch noch. Komm satt. Du musst rein mit zwei. Ein Prozent. Wir brauchen kein Kruzifix-Ding. Wir sind gerade bei einer Eins. Ja, Moment. Das können wir relativ schnell ändern. Guck, ich brauche mich nur der Tür nähern. Was passiert dann? Guck auf das Aktivitätsdinge. Ich war gerade nur an der Tür und habe sie geschlossen. Und sie ist jetzt bei sieben. Ich war nicht mal im Haus. Ich glaube, sie mag mich nicht. Moment. Ja. Richard, sie mag mich nicht. Ja. So. Hat das abgeklappt? Vier. Nein. Nö. Eins. Du bist sowas von safe. So, ich glaube, der Gast hat mehr Angst vor uns hat, als satt vor dem Geist. Ja. Deswegen macht er ja auch die Drohkulisse, sobald ich in die Nähe komme. Ich meine, jetzt kann ich ja nochmal hingehen und... Hier, ich stehe jetzt auf dem Holzding vor der Tür. Zwei. Fünf. Ja, ich habe die Tür berührt. Vier. Nein, ich habe sie auch zugemacht. Ah. Ist das der Geist, der nur einjagt? Nein, ist er nicht. Nein. Aber ich bin mittlerweile so insane, dass ich wahrscheinlich auch die Geister aus den Nachbarhäusern triggere. Oh oh. Von daher, ich gehe da nicht mehr rein. Du bist Rob. Du bist Rob. Ja. Ich will da nicht mehr rein. Dann fahren wir doch. Wir haben doch alles. Außer die... Außer die zwei anderen Aufgaben, die wir nicht haben. Genau. Wir haben alles, außer das, was wir nicht haben. Richtig. Ja. Jeder, was eingestellt... Ja. Bevor wir jetzt hier noch großartig rummachen. Aber ich glaube, jeder ist jetzt einmal gestorben, oder? Nein. Nein. Der Otter fehlt noch. Der Otter noch nicht. Der Otter hat bis jetzt immer überlebt. So, was haben wir denn da? Ah, da ist es ja. Sat ist doch auch nicht gestorben, oder? Sat doch. Doch, doch, doch. Ich bin schon gestorben. Sat ist gestorben. Hey, Gähnen ist verboten. Warum? Man höre die Zuschauer, Gähnen ist verboten. Das ist nicht verboten. Man ist... Das ist... Das wird dann schon süssisch. Und